hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von denny tv ich befinde mich mal wieder im auto und heute geht es auf den weihnachtsmarkt nach zelle da würde ich sagen nehme ich euch den tag über ein bisschen mit und dann würde ich sagen sehen wir uns auf dem weihnachtsmarkt so leute ich bin jetzt auf dem weihnachtsmarkt in zelle es regnet gerade ganz schön stark und ich zeige euch jetzt mal ein paar bilder von weihnachtsmarkt und wünsche euch viel spaß so 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 und hier unten kommt ihr noch zu meinem letzten video und könnt mich auch abonnieren ja dann war es das jetzt erstmal und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video auch wieder so 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 so